hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von gta online mit der ein aufmerksamkeinsdefizit hat und das nicht zu wenig ich will dir nur meinen kleinen zucker hintern zeigen guck dir das an ja du hast einen ganz tollen zucker hintern ja wir sind hier mal wieder beim militärgelände gesponnt und ja haben keinen plan was wir jetzt so anstellen außer dass er mal wieder umgegen fährt die auto stehen etwa davon die geht ja nicht mal zur seite das ist das schlimme dabei ja was machen wir ich habe keine ahnung wollen wir eine mission machen wollen wir durch die gegend fahren also ich würde jetzt ganz ehrlich ich würde mit diesem auto was ich jetzt gerade habe möchte ich gerne mal diesen einen wunderschönen sprung schaffen einmal über die ampe rampe darüber aber dann stirbst du doch so schnell warum ja auch die militärgelände vielleicht komme ich ja wieder zurück wie willst du zurückkommst du den flügel wachsen oder was ich habe noch keinen direkten plan aber der indirekte plan kommt vielleicht bald so jetzt mache ich auf die ronimo ja okay wir warten wie wir gucken wir sind voll dabei geronimo geronimo bist du das da ja 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 und er schafft er es schafft er es schafft es nein 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 er schafft es nicht okay allein aus lust an der freud versuchen wir es mal alter du hässlicher penner aber ich komme von oben wieder runter so und probieren wir das einfach mal ich weiß das haben wir letzte folge schon gemacht aber man muss ja ziele haben so dann geben wir uns mal mühe aber ich glaube das auto ist nicht schnell genug ich bin mir nicht sicher aber es ist wirkt so schwerfällig bewusst aber schwerfällig ja und ich komme mit daher ich komme mit der sagt aber muss aber schwerfällig aber ich habe alle vier reifen an der wand gehabt das schafft man und jetzt genau auf die brücke so also ich habe ein bisschen weiter weg weil die beschleunigung die dauert halten müssen so du bist im tunnel ich bin jetzt gleich am ende des tunels gleich am ende des tunels dann versuche ich dir zu folgen weil ich mal gucken ob wir zwischendurch irgendwie eine ganz nette mission finden weil sie nicht ja naja irgendwie war irgendwie sowas in der richtung können wir machen man kann ja auch keine direkten du als machen so weit ich weiß ich weiß oder inwiefern naja dass ich wir beide gemeinsam in der richtung nein im prinzip kannst du das schon aber ich hab dich ich hab dich ich hab die scheiße warum bist du denn rückwärts gefahren mann ich fahr jetzt runter rein natürlich wo bist du denn auch da damit du mich nicht umfährst natürlich so wir können ja einfach mal gucken warte quatsch falsche taste und war das telefon das ist nicht das ich glaube stolz hat es gefunden so wir haben ja auch irgendwelche einladungen ich wette aber die sind schon abgelaufen aber ich schaue einfach mal wenn ich kann es ja auch auf dein telefon gucken von wegen ob du was findest warte mal was war das nach oben okay ja das sind auf jeden fall weil ich hab die das in der mitte musst du nehmen also ich habe eine sms und drei job angebote job angebote ich hab das ich weiß nicht mehr was ich genommen habe kacke ich glaube das in der mitte einladung vorbereitet einladung der gefängnisausbruch was ich bin in seinem bildschirm ist mein auto gerade weggefahren ohne scheiß die weggefahren ich habe mich drauf weil ich musste lesen dreh mal deine sicht kannst du es machen da fährst du gerade weg da komme ich hinterher das auto ich muss das auto im gebiet halten komm 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 ist das gut noch sehe ich das fährt weg fahr schneller fahr schneller ja aber ich lande jetzt auch gerade schon wieder hier weil die sitzung war nicht mehr hier aktiv jetzt bin ich hier du bist nicht mehr ich komme ich komme ich komme das auto ist nicht mehr ich komme doch zurück ich bin der retter was auch nicht dass ich umfahre ich bin gleich selbstmord wenn das so weiter geht ach so warte mal du bist ja auf ne du bist hinter der brücke noch ich bin hier na ja auf der anderen seite der brücke nein ich bin doch hier sind wir auch wieder oder wir sind auch verkackten anderen server gelandet oder nein wir sind auf der karte ne warte ich bin ja bei freunden statt bei online ja ich bin auf einem server mit drei leuten insgesamt also mit mir drei leuten könntest du mich mal einladen das wäre voll toll so ok jetzt das ist ein problem ich muss gucken wie ich das mache ja das ist ein traum so aber was machen wir bis jetzt sag mal was also ich mache schöne horizont bilder schöne horizont bilder er fotografierte ernsthaft hier das auto mit fotografieren wo bist du wirklich die ganze zeit auf der map ich finde ich nur wir sind gerade beim militärgelände aber da kann ich hin warte was willst du klauen du bist auf der brücke wow mich fällt gleich etwas um ja ja ich bin auf der brücke ich versuche gerade ein auto klar zu machen damit ich zu dir komme willst du mal kampfscherp fliegen ich habe einen hydra ernsthaft das ist ja krass muss ich nur gucken wo ich landen kann jetzt noch mit euch finden so da ist immer die airframe so ja aber lasst uns mal langsam was sinnvolles machen hier weil bis jetzt machen wir nichts so das ist ja wir fahren die ganze zeit über und her haben wir haben Kokten negativ schwierigkeit wo ich höre was, ich höre was falsch, ich habe falsch, ich habe mich umgescheifelt ich war noch auf der ligne das ist das... soll ich auf der Straße landen wenn du das packst Gott, ich habe gerade noch das Radio an. Ich wollte nicht die ganze Zeit, wer mich ins Ohr schreit. Nee, aber mit Fliegen stelle ich mich, glaube ich, echt blöd an, ne? Alter... Oh, okay. Oh, okay. Das sieht zu lustig aus. So. Mit R2 gibt's du schon Steuerkreuz nach rechts, ist die Biene einschalten. Mit R2 Steuerkreuz nach rechts, ist die Biene einschalten? Mit R2 schwebt sie jetzt nach oben. Okay, okay. Ich fühle mich schweben. Mit Steuerkreuz nach rechts schalten, ist die Biene eins. Da musst du nach oben ziehen. Okay. Analog steht von dir. Alter, ich glaube, ich kapiere es. Es ist ein bisschen irritierend. Aber ich glaube, ich kapiere es. Zugegebenermaßen, ich fliege ja nicht das erste Mal, aber die letzten Male war nicht besonders schlau. Oh, scheiße, Alter, ich bin gerade genau über den Militärflugkafen geflogen, ich Idiot. Du bist ein bisschen Arschloch. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Oh, es tut mir voll leid. Oh, wie gut. Oh, es passiert nicht. Oh Mann, wie gemein. Oh nein. Oh, wenn es nicht so lustig wäre, würde ich mich glatt schlecht fühlen. Ach nee, ey. Danke. So, aber ich bin vorschlagen, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall mal... What the fuck. Machen wir auf jeden Fall mal was spannenderes. Oh, da ist wieder das Hubschraubschraub. Ich höre das Hubschraubschraub. Da ist das Hubschraubschraub. Da bist du denn schon wieder. Da ist das Hubschraubschraub. Ich finde diese Fingerfunktion so lustig. So. Ja, wo bist du eigentlich? Ach, ihr steht da alle noch. Genau. Na warte mal, ich versuch mal irgendwie... Oh, ich hab mal wieder die schönste Karre gefunden, die es überhaupt gab. Ist ein Träumchen. Ja, komm mal. Lass los mal. So. Dann machen wir das hier mal wieder aus. Wo bist du denn eigentlich? Ähm. Ja, ich bin grad bei euch da in der Nähe. Ich komm grad über ne Brücke. Okay, ich bin da genau am Ende und stell mich genau im Weg. Vielleicht flieg ich da jetzt auch. So, dass du jetzt direkt einen Stau machen. Ich will einen Stau, ich will einen Stau, ich will einen Stau. Nein, ich will einen Stau, Mann. Wo bist du denn da? Ah, okay, ich bin voll in Stau eingelassen. Genau, den wollte ich haben. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo wir gerade sind, ne? Schnapp dir ein Auto und dann auf die Rampe ruf. Ja, ich, ich bin... Oh Gott, hier schreien alle rum. Äh. Irgendwie müssen wir uns gegenseitig. Boah, Alter, ich bin grad voll da reingefahren. So, jetzt kommen wir mit. Boah, 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 boah. Boah, Alter, ich komm mit. Jetzt auf die Rampe, da musst du landen. Ach du Heilige. Da musst du landen. Und die runterschmeißen. Alter, das mach ich jetzt. Und die müssen uns wegsnipern. Boah. 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 Ich hab's nicht geschafft. Und den dritten. Boah. Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so doof. Scheiße. Müsst ihr uns mit den Autos versuchen zu töten? Ja, ich hab's auch nicht ganz kapiert. Du bist im Auto, musst die Rampe rauf und die runterschmeißen. Und die müssen uns abschießen. Und jetzt ist Seitenwechsel. Okay. Jetzt müssen die uns runterschmeißen. Hab ich so noch nicht gesehen. Was für ein Spaß. Ach nee. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ich glaub dein Kollege kriegt grad schlechte Laude. Irgendwie geht's weiter. Alter, wie viel Spielen wir denn jetzt noch? Viel Siege muss man haben, ne? Wir haben jetzt drei. Das ist ja, äh, toll. Das ist das letzte Ding, was wir machen müssen. Na hoffentlich. Okay, einer ist schon freiwillig runtergefahren. Ui. Äh, äh. Oh, Alter. Shit, der fahrs mit dem Zentrone, der hängt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wow. So. Danke. Oh. Boah. Das ist scheiße hängen geblieben. Jetzt geht's. Oh nein, bist du schon wieder runtergefallen? Ja. Oh. Sehr gemein. Das kotzt mich an. Ah ja, man merkt, ihr habt's noch nicht gespielt. Wow. Wow, hat er voll weggeglatscht. Was ist denn so eure Richtung? So eher rennen fahren oder schießen? Du, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Weil, wie gesagt, wir haben noch überhaupt nicht viel gemacht, was GTA Online betrifft. Ja, hat sich ja in dem Punkt jetzt eh verledigt. Ja. Oh. Gut, ja auch mal Zeit. Ja. Was hättest du für Vorschläge? Ja, guck mal, Nicole, ne? Aber es hat sich echt gelohnt, ne? Das war jetzt gar nicht so übel. Das ist echt auf meinem Konto nicht mehr. Bei mir auch nicht, Mann. Ja. Ne? Was für ein Glück. Mit L1 kannst du dir das markieren, wenn du willst. So. Gut. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Mag ich nicht. Nee. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, ich fand es jetzt nur so doof, weil es so lange gedauert hat. Sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht gefunden. Nein, die ist auch gut. Ich fand es nicht schlecht. Ich wäre nur gerne öfters weniger gestorben. Ja. Ja, das stimmt schon. So. Aber wie es dir weitergeht, sehen wir dann erst einmal in der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen eintönig war. Kriegen wir nicht mal hin? Und ja. Dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüü. Bye. Vielen Dank.